Herzlich Willkommen zurück zu der Let's Play The Crew. Weiterhin hier mit Jan. Hallo. So, dann weiter geht's hier. Ich glaube, jetzt kommt das Letzte, Jan. Ja. Sind wir damit auch schon wieder durch mit Stroh aussehen? Dieses Rennen ist verdammt wichtig. Wenn du gewinnst, haben sie dich auf dem Schirm. Es ist deine Chance, dir einen echten Namen zu hören. Warte, 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 warte. Wir können dann aber auch mal... Was? Der Unfall ist cool. Der Unfall? Achso, du meinst die Strecke. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Ich stehe hier am Arsch der Welt und ich warte auf andere Spieler. Okay. Okay, ab geht's. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Okay, der da vorne finde ich schon mal richtig geil, den... Echt? Der steht schon heraus irgendwie, ne? Oh, okay. Alter, hör doch mal auf. Aua. Das hat weh. Wie lange geht eigentlich das längste Rennen, was du bis jetzt hier gefahren hast? Halbe Stunde bin ich aber... Achso, doch bin ich gefahren. Also, das wird ja halbe Stunde oder so. Okay. Also, der BMW wird ganz schön schnell jetzt so langsam. Indem wir weiter... Äh? Äh, ich glaube, ich habe keine Verbindung mehr. Ich auch nicht, glaube ich. Äh, Video. Was? Oh, das sieht verdammt übel aus. Wir müssen helfen. Oh Mann, ganz vorsichtig. Er hat vielleicht innere Verletzungen. Okay, was soll ich jetzt machen? Noch zwei Verletzungen. Er ist heute auf einen Krankenwagen zu warten. Er muss schnell ins Krankenhaus. Wir machen das, okay? Wir kümmern uns selbst darum. Okay. Oh. Fuck, shit. Wo ist es? In das Krankenhaus. Ja, Krankenhaus geht jeder. Jetzt sagt er falsche Richtung. Will das Spiel mich verarschen oder was? Das Spielzeit hat mir nichts angezeigt, Jan, wo ich abbiegen soll. Nur auf dieser blöden Karte wieder. Warum? Das ist das, was ich hasse, Leute. Warum muss ich auf diese kleine Karte gucken? Sagt's mir. Wer ist auf so eine dumme Idee gekommen, nur diese Karte zu nehmen? Ich weiß, manche Leute werden jetzt sagen, Kevin pinkelt dich nicht so an. Ja, jetzt muss ich hier hoch. Ja, klasse, Eko. Es ist aber einfach die Wahrheit, warum ich einfach einen blauen Strich, so wie es früher auch war. Wie es 50 Jahre des Gamings ist. Ich kann mich zurücksetzen. Ja. Ja, die Baustoffen. Ja. Also, es tut mir wirklich, wirklich leid, Leute. Kann ich nicht neu schalten. Ich kann nur das Spiel verlassen. Ja, abbrechen kannst du noch, ne? Abbrechen, ja. Also, ich muss es klipp und klar sagen, warum macht man nicht weiter in diese blaue Linie? Warum muss ich unten auf diese kleine Karte gucken? Also, ich weiß nicht, ob Leute von 15 Zoll Monitor heute nur noch sitzen, aber ja. Ich achte nicht auf diese Karte, ich achte nicht auf diese Karte, die ist unwichtig. Das ist meine Meinung. Kann jeder gerne halten, was er möchte von. Aber ich finde es nicht richtig, dass man diese Ideallinie wegnimmt von der Strecke. Das ist für mich Bullshit. Sorry. So, Blitzreise. Starten. Macht das Spiel nicht schlechter oder irgendwas anderes, aber wenn einer meine Kritik hören möchte, dann bitte. Oder macht das so wie Forza. Bitte biege gleich rechts ab. Sogar die machen wir. Oder einfach Optionen, Alter, ausschalten oder nicht? Ja. Jetzt sei mal ganz ehrlich, Jan. Also, du weißt, vor welchen Monitoren ich sitze. Wie soll ich da unten rechts mal auf die Karte gucken? Ja. Also, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. So, jetzt geht's los. Jetzt konzentrieren aber hier. Passiert der Unfall eigentlich dann, wenn wir ihn rammen richtig? Oder? Das ist einfach, wenn du da hinfährst. Immer dieselbe Stelle. Das ist ja blöd. Ramm ihn. Und es gibt ihn so richtig. Oh, nicht schon wieder derselbe Feder wie eben? Was sagt er? Hinter uns. Okay. Mach da, Tü-ta-ta. Da, Tü-ta-ta. Oh, ich hab mich aufgehalten. Er kommt nicht mehr. Fahr, fahr weiter. Wir sind dort. Er kann nicht vor uns sein. Aber jetzt nix hier weg. Oh. Wo ich dieses Rennen hier ziemlich geil finde. Oh, wie schnell der ist? Ja, die... Ja, die... In, 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 teleportiert. Hallo, das ist dann fast in der... Oh, 5000 PS. Äh, Verbindung verloren. Absturz. Ich hab echt vor dir gedacht. Du wirst, wie viele Leute das ausmachen, dann spiel sofort kalte Führung. Weil das wirklich so aussieht. Oh, was? Wir müssten den Übergang machen ohne Laden. Das sieht verdammt übel aus. Oh, ich glaub, er ist tot. Das ist ein Kabi. Er kann kein Auto fahren. So, und jetzt... Auf die Karte groß machen. Ja, könntest du jetzt die Karte mir zeigen, bitte? Warum dauert das so lange? Oh. Nervig. Oh, oh, oh. Oh, ich hab grad ein anderes Fahrzeug als Rambock. Du darfst dich nicht so sehr durchschütteln. Aber du darfst doch nicht so lange ins Krankenhaus brauchen. Du darfst dich nicht so sehr durchschütteln. What the fuck, Alter? Was ist weg? Oh. Wieso ist deine Karte so scheiß und schnell? Ahnung, weil... Polizeiauto ist... Hast du es versiert, ne? Nee, nee, nee. Ganz normales Street for Speed, Polizeiauto. Guck mal, ich hab 300 knapp drauf. Ja, und er drückt noch. Jo, hast du den getunt? Machst du mal. Ja, alles klar. Weißt du, hier nie mit fairen Mitteln spielen, ne? Die Polizei muss besser sein, als... Ich hab 300 drauf, Junge. Mehr geht nicht. Oh. Äh, Bus. Hallo? Und deswegen müssen wir legal werden, damit jemand da ist, der helfen kann, falls mal etwas schief geht. Oh, mein Typ wär schon tot. Meine auch, ich bin gerade übers Beet gefahren. Oh. Nein, Hilfe. Er liegt hier tot an der Scheibe. Guck mal, die Beifahrerseite. Geschafft. Geschafft. Ich renne da leid rein. Lass ihn im Auto. Guck mal, der läuft ja in den Wald da. Holt sofort die Trage. Wir bringen ihn rein. Keine Sorge. Okay. Er ist jetzt in guten Händen. Okay. Ey, bin ich so wie hier mit einem Wichsknöffel nahe, oder? 1,40 hab ich vorhin. 1,35. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, klar, jetzt bin ich vorhin so ein bisschen gewagequitted wegen dieser blöden Dingens da. Es ist aber wahr, Leute. Warum muss man was ändern, was 50 Jahre funktioniert hat im Gaming? Ja? Okay, Video. Ah, Lip, nice thing. Sobald das Rennen vorbei ist, stehen wir alle auf derselben Seite und kümmern uns umeinander. Einer von uns hat ein Problem. Die Leute helfen ihm. Sieger, Verlierer, wir gehören alle dazu und wir wissen das. Ah, lecker. Ah, lecker. Ich kriege 214er. Ja, nee, ist klar. Jawohl, das sieht doch schon mal schön aus. Wow. Wow. Oh. Ich kriege 4 PS mehr, Jan. Nice. So. Achso. Aktivitäten. Wir müssen ja noch irgendwas fangen. Was haben wir denn hier noch? Driften. Was hältst du denn von Driften? Ja, gerne. Ja, gerne. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das die Wärme aushält bei dir. Oh, glaube ich. Alter, ich bin so fertig eigentlich. Aber das Rennen gibt es nicht. Aber das Rennen gibt es nicht. Na, egal. Ne? Entschuldigung. Keine Mädchen. Und das macht es verdammt viel sicher. Wo war denn die scheiß Handbremse? Ah, da. Okay. имOkio. xWX. Anbremse. Je jo. Wow. Jawohl. Aber saumässig gut geparkt. Oh, jetzt rattert, 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 rattert. Uh, oh. Uh. Uh. Klar kommt. das ist aber beschissen hier mit dem mit den grünen da nicht gegen die wand oder ich ging die waren kennen es ist 5000 punkte reinkommen ja Ja. Mach ich bitte. Oh, Kacke. Hallo, Kevin, Mann. Leute, gleich drehe ich aber durch hier. Kara lässt sich gerade richtig beschissen fahren. Keine Ahnung. Muss ich gleich nochmal fahren. Das ist eigentlich, wo ich letzte Woche mega aufgetrumpft habe und mega abrasiert habe. Kriege ich heute gar nichts mehr hin. Ja, hab's noch geschafft, Jan. Ich hab da mit einem Drift 36.000 hab ich jetzt noch gemacht. Alter. Jan. Ja. Ich hab Arschritzenwasser. Junge, ich schwitze. Das hat zwei Stunden. Junge, ich schwitze so dermaßen. Oh, egal. Macht Spaß. Es macht echt Spaß. Ich hab gerade gedacht, Alter, was ist denn jetzt bei mir los, Junge? Ich hab gerade nichts mehr hingekriegt gerade am Anfang beim Driften. Okay, jetzt kommt Profi-Challenge, Jan. Viel Spaß. Mit deinen Weißen. Deiner zum Beispiel. Er ist cool. Profi-Challenge. Warum tunst du ihn nicht, statt auf der Couch zu liegen? Du brauchst ein würdiges Gefährd. Als ich gefahren bin, waren Blau und Gold ein Markenzeichen. Du solltest dir Zeit nehmen, deins zu finden. Nein, ich brauch kein Markenzeichen. Wenn ich meinen Kopf raushalte und die sehen meine Visage, hab ich ein Markenzeichen, Junge. Sieht schon mal aus wie Niki Lauda. Oh, fuck. Alter, hör doch mal auf, Mann, ey. So nimm das, ey. Das ist ein Rennen. Oh, Kontrolle, ich bin Ami. Keine Kontrolle, ich bin Ami. Wir verstehen auch nicht viele. Guckt euch nur Videos an. Ich werde hier ganz geschmeidig hier so ein bisschen slide, ne? Oh, oh. Nice, nice, nice. Jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's richtig los. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Skiller, skiller. Aber manchmal dreht der sich nicht schnell genug. Ah, das machst du mit Nitro, ne? Ihn rumlenken. Oh, voll was halt, ne? Oh, ich kann lüte rein. Jetzt hast du aber Punkte schon, alter, ne? Oh, Junge, jetzt war kacke gleich, alter. Oh, nee, es geht noch weiter. Es geht weiter. Wie viel Punkt da hast du jetzt schon? Hey, es geht weiter. Oh, nein, oh nein, oh nein. Alter, ich hab grad mal elf. Oh, jetzt komm ich. Oh. Ey, da berührst du mit... Mit dem Schamhaar von deiner Freundin den Container und schon Ende. Alter, wie du qualmst einfach. Nein, nicht nein. Oh, Mann. Was ist das? Ja, ich auch. Packspiele, ja, Mann. Nicht kaufen, Leute. Nicht kaufen. Oh. Jetzt verkackt dich nur noch. Einmal hier noch schön links, rechts hier. Was ich blöd finde, wenn du nur minimal irgendwo rankommst, dass dann die Punkte weggenommen wird. Und im richtigen Drift, wenn du so leicht streifst mit dem Hinterrad oder mit der Schürze irgendwo dran, gibt's extra Punkte. Weil das ja grad am Limit war, ne? Ja, das ist immer so schade. Egal. Was ich auch komisch finde, dass es auch keine richtigen Drift-Rennen gibt, finde ich. Mit vier Mann hier oder so, weißt du? Dass die KI auch hier lang driftet und dann... Ja, oder so wie es in echt ist. Du fährst auf der linken Seite, ich fahr auf der rechten Seite mit der gleichen... Äh. ... oder auf einer Strecke und man driftet zusammen. Man muss duo gleichzeitig drift machen. Boah, Alter, über die man... Jetzt links, jetzt rechts, Jan. Dann... Oh, 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 oh. Ja, das wär schon, äh, oh, 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 oh. Da hat er auf der ersten angst, wenn er 621.000 Punkte gemacht. аah. Das kann doch nicht sein, oder? Wie würdest du das dann schaffen? Da wir komplett durchziehen. Ohne irgendwie ... ach kommt scheiß cheater spaß mal so machen wir hier gern immer noch herausfordern wir sagen aber erst mal vielen dank fürs einschalten bis morgen tschüss